Hallo und herzlich willkommen bei Sparen mit Kopf. Mein Name ist Chris und in diesem Video habe ich 5 Fragen für dich, die dir dabei helfen sollen, deine Entscheidung beim Thema Versicherung besser treffen zu können. Also wenn es um so Themen geht wie, schließe ich die Versicherung überhaupt ab? Sollte ich sie vielleicht rauskicken, kündigen, brauche ich sie überhaupt noch? Diese 5 Fragen, die sollen dir bei diesen Entscheidungen helfen und ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Okay, ganz kurz vorab, bevor die Fragen kommen, nochmal so ganz kurz meine Meinung zum Thema Versicherung ist ja so das erste Video und damit du mal so ein bisschen einordnen kannst, ja, wie in welche Richtung vielleicht auch das Video geht, beziehungsweise wie ich eben so dazu stehe. Ich finde, man kann nicht sagen, dass Versicherungen jetzt absoluter Schwachsinn sind und dass man keine Versicherungen braucht. Ich weiß, dass es diese Meinung auch gibt, vor allem von Menschen, die entweder selbst schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Versicherungen oder die das in ihrem bekannten Freundes-, Familienkreis eben mitbekommen haben, dass da irgendwie eine Versicherung vielleicht die Zahlung verweigert hat oder so, ja, dass die den Schaden nicht reguliert haben, für die man ja eigentlich dann, für die man ja Versicherungen gezahlt hat, ja. Und da kann ich auch verstehen, dass die Menschen diese Meinung haben. Ich glaube aber, dass Versicherungen auch zum Teil ihre, ja, ihre Daseinsberechtigung haben. Es ist ja nun mal eben eine Absicherung gegen irgendein Risiko und das ist eben auch immer basierend auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und eben Wahrscheinlichkeit, ja. Es ist ganz klar, dass nur weil wir jetzt irgendwie vielleicht eine Autoversicherung haben, wir ja dann nicht unbedingt gleich einen Autounfall bauen oder es geklaut wird oder so, ja. Es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, dass man guckt, wie oft tritt denn ein bestimmter Schadensfall ein, wie teuer wird das Ganze und wie muss man, wie müssen denn entsprechend die Beiträge gewählt werden. Und es ist ja auch ganz klar, dass bei so einer Versicherungsgesellschaft Menschen arbeiten, ja. Also kostet das schon mal immer noch so ein bisschen Gebühren, um eben diese Menschen zu bezahlen und können auch Versicherungen, zum Beispiel jetzt so bei Lebensversicherungen und Rentenversicherungen, so privaten, das kostet immer Abschlussgebühren. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man sowas macht, ja, dass das eben auch Kosten haben kann, dass ja da Menschen hinter stecken und dass es eben immer eine Absicherung gegen ein Risiko ist, das nicht unbedingt eintreten muss. Wenn es eintritt, ist man eben abgesichert, das ist also so auch das, ja, persönliche Risikoempfinden und inwieweit man sich eben abgesichert fühlen möchte. Deswegen denke ich, dass Versicherungen eben ihre Daseinsberechtigung haben, ja, man muss immer sich eben einfach darüber im Klaren sein, gegen was möchte ich mich versichern, ja, was ist mir das auch wert und so weiter, wie ist da so mein Risikoempfinden. Und dann, ja, sind eben Versicherungen auch zum Teil sinnvoll. Übrigens gibt es auch vier Versicherungen, die absolut, ja, wo man schon fast sagen kann, die ein Muss sind, zumindest nach Verbraucherzentrale. Da verweise ich dich mal auf den Partnerkanal von Basti Kunkel, Versicherungen mit Kopf, der hat dazu ein ganz interessantes Fünf-Minuten-Video gemacht, da geht es um diese vier, die zum Teil ja auch Pflicht sind. Kannst du dir gerne mal anschauen und mit Basti zusammen wird dann noch in den nächsten Wochen ein Interview kommen über die fünf unsinnigsten Versicherungen, ja, also auch sowas gibt es. Aber damit du jetzt mal bei dem Thema Versicherungen auch eigenständig eben deine Entscheidungen gut treffen kannst und dabei ein gutes Gefühl hast, mal jetzt so fünf Fragen, die dir dabei helfen sollen, diese Entscheidungen zu treffen. Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum willst du denn eigentlich diese Versicherung abschließen? Ist das irgendwie so eine Empfehlung vom Nachbar, vom Freund, von der Familie? Ja, jeder in meiner Familie hat ja die Versicherung XY, deswegen schließe ich die jetzt auch ab. Mein Nachbar hat die Versicherung XY, deswegen brauche ich sie jetzt auch, ja. Deswegen überlege doch mal vorher oder auch jetzt, warum du eine Versicherung überhaupt abgeschlossen hast. War es wirklich aus dir heraus? War das intrinsisch motiviert? Waren es deine Bedürfnisse? Oder hast du dir da irgendwie eigentlich nur was ausschwatzen lassen von irgendjemandem, ja, den du ja vielleicht auch so ein bisschen vertraust und der es gut gemeint hat mit dir? Aber ist nun mal einfach so, dass nicht jeder jede Versicherung braucht. Das ist immer ganz individuell nach der Lebenssituation und auch entsprechend, die Versicherungen sind ja auch alle anders und haben irgendwie unterschiedliche Konditionen. Da muss man einfach mal gucken, brauchst du, also war das jetzt wirklich eigentlich notwendig, beziehungsweise ist es notwendig? Und dann kommen wir nämlich mal zur zweiten. Wenn es ein Bedürfnis von dir ist, dann solltest du dich mal fragen, ist denn diese Versicherung zur Absicherung deiner Existenz? Also wird hier wirklich ein existenzielles Risiko abgesichert mit dieser Versicherung? Also wie zum Beispiel, und diese Versicherung ist ja sowieso Pflicht in Deutschland, die Krankenversicherung, da wird deine Gesundheit abgesichert, aber eben zum Beispiel auch eine BU. Ich hatte vor einem Jahr noch so die Meinung, Berufsunfähigkeitsversicherung braucht ja gar keiner, ja, da muss man eben sozusagen so den Job wählen, den man gerne macht, dann kriegt man auch keinen Burnout und so weiter. Aber da habe ich mich jetzt auch schon, also habe ich mich weiterentwickelt und ich glaube schon, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung für manche eben entsprechend ihres Berufes, wenn ich da auch so an Handwerker, Dachdecker denke, dann hat diese Versicherung auf jeden Fall Berechtigung. Und eben ist ja auch der Beruf eben nun mal für die meisten wirklich das notwendige Vehikel, um eben existieren zu können, um Geld zu verdienen, um entsprechend den Lebensunterhalt und so weiter zahlen zu können. Das heißt, so eine BU sichert eben die Existenz ab und dann könnte es eventuell auch Sinn machen, eine BU zu haben. Ein anderes Beispiel, ein Negativbeispiel wäre zum Beispiel eine Handyversicherung, ja. Selbst wenn dein Handy kaputt ist oder geklaut wird, wirst du wahrscheinlich nicht sofort tot umfallen oder dein Leben wird sich nicht dramatisch verschlechtern. Und da kommen wir auch mal noch zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt, könntest du denn im Schadensfall auch diesen Schaden selbst regulieren, selbst bezahlen, ja. Zum Beispiel bei einem Handy, das wird dich nicht wahrscheinlich arm machen, wenn du dir dann ein neues Handy kaufst. Andererseits, wenn du vielleicht Besitzer einer Immobilie bist, die vielleicht 100.000 Wert hat, dann wird es wahrscheinlich schon Sinn machen, dieses Haus natürlich zu versichern. Weil wenn da denn irgendwas kaputt geht, Riesenwasserschaden zum Beispiel oder so wegen Überflutung, kann ja sein, je nachdem wo du auch wohnst, dann wird eine Selbstregulierung sehr schwierig wahrscheinlich. Und wenn du das dann eben nicht stemmen kannst, ist ja auch mitunter ein wenig deine Existenz ein wenig bedroht, weil du eben dann dein Haus verlassen musst. Okay, du könntest dann eine Wohnung ziehen, ja, aber schön ist es trotzdem nicht. Also da kann ich schon verstehen, wenn man sich abgesichert fühlen möchte. Ein anderes Beispiel, um hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Unterschiede klar zu machen, ist das Auto. Ich zum Beispiel habe jetzt nur noch die obligatorische Haftpflicht, weil ich einfach so ein altes Auto habe, was einfach schon nicht mehr so viel wert ist. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie einen Totalschaden mal habe, ja, den ich selbst verursache, ja, dann kaufe ich mir irgendwie ein neues gebrauchtes Auto. Das würde sich gar nicht mehr lohnen, das reparieren zu lassen und dementsprechend brauche ich auch keine Vollkasko, ja. Weil wenn ich mir irgendwann mal ein neueres, ein neues gebrauchtes Auto, ich bin ja ein Sparkopf, ne, kaufe, vielleicht so einen schönen Mercedes oder BMW oder mein Traumauto des Lamborghini, ja. Dann werde ich natürlich auch wieder eine Vollkasko abschließen, weil denn ja das finanzielle Risiko viel höher ist, auch bei einem Schaden, ja. Also ich glaube, irgendwie einen Schaden bei einem schönen neuen BMW zu reparieren, ist ein bisschen teurer als bei meinem kleinen Citroën, ja. Deswegen wieder eben einfach überlegen, kannst du das dann eben auch selbst regulieren eventuell oder würde ein Schaden schon so hoch werden, dass du eben diese Versicherung brauchst bzw. du dich eben sicherer damit fühlst. So, dann kommen wir zum vierten und ich will dich gerade nicht verarschen, sondern das soll einfach symbolisieren, lese das Kleingedruckte und dahinter steht vor allem die Frage, ist denn wirklich jeder Schadensfall abgesichert bzw. welche Schadensfälle sind denn wirklich abgesichert, ja. Lese das Kleingedruckte in diesen Verträgen und frag lieber noch doppelt und dreifach nach, weil immer wieder erlebt man es ja, dass ein Schadensfall eintritt, die Versicherung sich verweigert, weil sie eben sagt, ja, okay, hier war jetzt Umstand XYZ, das steht im Vertrag, das versichern wir dann nicht. Und dann, ja, stehen die Menschen da. Eine gute Freundin von mir zum Beispiel hat eine Handyversicherung, weil sie jedes Jahr ihr Handy schrottet, ja. Da macht es vielleicht dann sogar mal Sinn. Und bei ihr ist es zum Beispiel so, dass eben da drin steht, dass der Schaden irgendwie nur reguliert wird, wenn das Handy am Mann ist und geklaut wird. Ja, aber wann wird denn ein Handy meist geklaut, ja. Wenn es zum Beispiel, wenn die Handtasche schön über dem Stuhl hängt und dann vielleicht da jemand reingreift oder wenn ich es irgendwo liegen lasse und so weiter, ja. Deswegen schau einfach mal, welche Schäden werden denn wirklich reguliert bzw. welche Zusatzklauseln gibt es da so. Da kann ich dir auch nur noch mal den Kanal von Versicherungen mit Kopf von Basti empfehlen, der ja da sehr viel Wissen hat. Und zum Beispiel auch in seiner Videoserie über die Riester-Rente da so ein paar, ja, so ein paar Klauseln mal aufgedeckt hat, die du in deinem Vertrag nicht oder unbedingt haben solltest, damit du da eben ganz sicher bist und du kein, irgendwie nicht dein blaues Wunder dann zum Ende erlebst, ja. Also auf jeden Fall das Kleingedruckte lesen und nachfragen. Und dann ist das letzte, das letzte Kriterium, ist denn die Versicherung eigentlich zahlbar? Also kannst du sie dir momentan leisten? Wenn ich mir gerade irgendwie jede Versicherung zum Beispiel ans Bein binden würde, ja, dann würden meine Kosten explodieren und ich würde sehr wahrscheinlich nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen, ja, weil ich gerade nicht so viel verdiene. Ich habe auch mal den Spruch gelesen dazu, viele Menschen in Deutschland, aber auch generell, aber wir Deutschen sind ja so ein bisschen sicherheitsorientiert, viele Menschen in Deutschland sind überversichert, aber unterinvestiert. Weil du musst ja auch immer bedenken, je mehr du Versicherungen zahlst, desto weniger Geld hast du dann zum Beispiel, um zu sparen, zu investieren, Vermögen aufzubauen. Dementsprechend fragt dich also auch dieses, dieses Finanzielle, was du dafür aufbringen musst, ist es überhaupt für dich machbar und möchtest du es eben aufbringen oder möchtest du nicht lieber investieren, wenn es zum Beispiel auch an sowas wie eine private Rentenversicherung geht? Ich möchte dieses Thema jetzt hier gar nicht so vertiefen, weil da gibt es einfach auch wieder verschiedene Meinungen. Macht man jetzt private Rentenversicherung, hat ein bisschen höhere Kosten, macht man es selbst zum Beispiel mit einem ETS-Sparplan, kombiniert man das Ganze und so weiter, ja. Wie gesagt, möchte es nicht jetzt vertiefen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, kannst du es dir überhaupt leisten, ja. Wenn die Krankenversicherung zum Beispiel kein Muss in Deutschland wäre, ich habe echt überlegt, als ich sozusagen in die Selbstständigkeit jetzt gegangen bin aus dem Studium, wo ich mich ja dann darum kümmern musste, mich zu versichern, habe ich echt überlegt, kurz, ob ich die Krankenversicherung mal für ein paar Monate sein lasse, weil ich echt nie zum Arzt gehe, jedenfalls nicht in den letzten Jahren. Aber es ist ja nun mal ein Muss und es wäre sehr wahrscheinlich auch ziemlich, sehr wahrscheinlich ziemlich unvernünftig, aber dadurch sind meine Fixkosten im Vergleich zum Studium schon mal einfach so um 20% gestiegen, einfach weil ich jetzt die Krankenversicherung selbst bezahlen muss, ja. Und das meine ich dann einfach mit, kannst du es dir leisten. So, und dann noch als kleinen Bonuszusatz, das ist keine richtige Frage, aber ich kann dir nur ans Herz legen, immer wieder deine Versicherung auch entweder allein oder zusammen mit deinem Makler des Vertrauens zu überprüfen, ist diese Versicherung eigentlich noch notwendig, hat sich in deinem Leben etwas geändert, deine Lebenssituation, deine finanzielle Situation, deine gesundheitliche Situation, macht jetzt eine Versicherung vielleicht weniger Sinn oder müssen irgendwo Beiträge angepasst werden und so weiter, zum Beispiel auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, da ist das ja auch so, dass es da so verschiedene Klassen, Risikoklassen gibt und wenn man eben von einer höheren in eine untere wechselt, dann kann man eben auch entsprechend die BU anpassen und muss weniger zahlen, ja. Hier also nochmal der Verweis an Versicherungen mit Kopf, mit Basti, der hat da sehr viel Wissen und schaut da mal rein. Ich werde euch auch am Ende des Videos jetzt ein Video verlinken, in dem ich einen kleinen Gastauftritt hatte mit weiteren Spartipps zu den Versicherungen. Erstmal so ein bisschen allgemeinerer Art, was man so allgemein machen kann und dann nochmal speziell auf einige Versicherungen eingegangen. Dieses Video, das findest du jetzt hier in der Endcard irgendwo hier unten, links oder rechts, ja, mit dem Spielverkehrten weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe dieses Video hat dir gefallen, war hilfreich für dich. Hinterlass gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie so deine Versicherungen, äh, wie deine Erfahrungen mit Versicherungen sind, welche Versicherungen du vielleicht auch hast und wie du, wie deine Meinung zu diesem ganzen Thema ist, würde mich mal interessieren. Und sonst schau gerne mal, wie gesagt, irgendwo hier in dieses Video rein und bei Basti auf dem Versicherungen mit Kopf Kanal. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf. Bis zum nächsten Mal.